So, der Philipp stellt jetzt die kleinen Gläser auf die großen Gläser und das wird nachher zu einem wunderschönen optischen Refekt sorgen. Und jetzt beginnt das große Stapeln, das, wonach sich jedes Kind wünscht, wenn es ein Geschichtspieler ausfolgen soll, dass es so viele Gläser auf einmal gibt, weil es nicht, dass es nicht auf jeden Fall ist. So, jetzt kommt der erste spannende Moment. Die große grüne Flasche muss jetzt in die Meerland befinden. Jetzt müssen wir ein bisschen jubeln hier. Applaus Danke, danke, danke. Wer traut sich? 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 Aber immer? Wir traut sich gut?